Bitte, du willst es recorden? Start at recording! Hehehehe Was der gute Theorie Was der gute Theorie Was der gute Theorie Was der gute Theorie Theorien ja Pferdefleisch Zur Pferdefleische Sie könnten ja so wie auf Schokolade aufschreiben Statt kann Spuren von Nüssen zu enthalten Schreiben so darf ich kann Spuren von Gaul enthalten Da ist auch Blut drin und das steht auch nicht oben Schlimm, Blut Schlimm, Blut Also könnten sie ja auf Schreiben kann Spuren von Gaul enthalten Im Gaul Und Pferdefleisch ist eh gesünder als Schweinefleisch Das ist Wunser denn Jokurt mit die Sägespäne Wir alle essen das Sandlinge Nur nicht Pferd Also nicht Gärt, aber kein Pferd Hehehehe Hehehehe Ich hätte ein Kebab gegessen Ja gut Pferdefleisch ist sowieso gesünder als Schweinefleisch Und vor allem wenn du Pferdefleisch kaferst Ist es teurer als Schweinefleisch Ja das Schon aber das was die Beziehen Da sind Medikamente eingespritzt worden Ja ja ein Scheiß ist eine gespritzt worden Ist das gleich wie im Leberkast Ich bin einfach kein Pferdefleisch 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 Obfälle was sonst Ich bin wahrscheinlich noch schlimmer als Pferdefleisch als das Ja Oh sie sind am Pferdefleisch schlimm Ja 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 Pferdesalami Das ist abgefuckt Es ist nur so dass es nicht drauf steht was Irgendwas schreibt mir SMS Irgendwas schreibt mir SMS Irgendwas ich wap es mit Warum nehme ich wap off I have no idea Ja